Hallo und Herzlich Willkommen zur Let's Play Minecraft Together und zwar mit dem Gerhard den Gabriel und den Lehrern und natürlich mir auch und das war der geile Wald ja wir fangen da jetzt einfach an würde ich sagen das war ja verpistig ich bin und gestorben alle verpistig sind tot und ich kann nicht alle sagen es ist so ein Schuss ich kann nichts ab und ja das ist weil du beim Sporn bist muss müssen weglaufen alle jahre von Holz eingesammelt er ist er ist nicht ich hab's und wir haben das nur zehn Jahre zum Wald bis zum Wald gehen ich gehe nicht los ich bin auch in der Reihe aus es ist ein ein nein da wurde der leon ist das ist schon sein reisen weil wir noch sein kräftiger benutzen ich weiß schon ich habe gar keinen Schaden von dir warum weil ich cool bin ich habe ein close m und fändisch ist doch nicht schutzkirchen und heute ein paar Lied die Klappe hat die Klappe ja ich bin nicht mehr und dann mal ums Gelächter oder wie er die Feile herumlegen kannst du aber nicht ich echt Bock zu bannen ich habe Apfel und ein Zeppelin ich kann sich einsammeln ich habe Kühe du bist gestorben und ich werde mich mit dem Diamantri zu umbringen warum ich stelle ich mich nicht Jan hat sich am Kaktus ich weiß den hab ich extra hingestellt ja ich bin noch Apfel ja weil ich nur noch mal immer die Ausrede Juliano genug Essen dürfte ich für den Anfang haben eine Leder ist noch wahrscheinlich auch oder wie viel Kühle es hier aber auch gibt wenn du brauchst erstmal irgendwie einen Spitzack oder so mal hier sind Apfel Leute hier ist eine Hülle das noch eine Kuh als Morgiano kann man zu dir ich sehe dich aber nicht wenn du jetzt zu mir kommst ich schüttelter ich tötete dich wenn du mich tötest du bist so oh ja warum hatten die Kinder immer so viel Leben ich verstehe das nicht Jan ist kreativ verpiss dich doch mal hatte ich killt Leon nein noch nicht Alter Jan hab ich bei dir gutes Internet warte ja geh doch einfach weg Jan Jan ist bei mir voll das scheiß Internet du hast bei mir das Beste und ich habe auch das Beste echt ja Jan bei mir von allem das Beste Jan du hast das Schlechteste bei mir das stimmt eh nicht das ist nur so ein Fail ich hab bei jedem das Beste ich glaube wie der Jan einfach mal rausfließt nee das macht immer was bei ihm leckt nee ich bin irgendwie das java kackt immer bei mir wie viel Kohle ja auch ist hat irgendwie immer so kleine Mikrohugler das riecht von auf boah boah Giuliano lass es doch halt einfach mal verpiss dich hey okay und wie viel Kohle ist weg Leut weil mir leckt jetzt übel los Leon deine Chance kill ihn lol du stehst ja gar nicht mehr lol das hängt jetzt nicht mehr Leon das war mein Baum aber auch scheißegal dein Baum Alter geil ok es gibt ja so wenig Bäume gell ja mal ich schau uns ab von den beiden die sind mir irgendwie zu brutal ich bin in der Höhle ich komme ich glaube hier lass ich mich doch nieder für die erste Nacht in der Höhle ich auch das ist meine Höhle da ist grad irgendwo was runtergefallen das war ne Kurke alter Giuliano verpiss dich doch einfach ja man kehren können wir den Scherner nicht einfach mal rausschmeißen ich hab nur noch zwei Herzen wegen dir aber wir haben wir haben ein scheiß eigenes Ding du nervst so derb fail ja ich seh dich halt wohl nerf mich nicht doch ich seh der Name und ich werde dich nicht umbringen wenn du das tun wirst werde ich dich um der Weg der Wegwerber muss jetzt immer irgendwie immer rumschauen auf der Dahl du bist echt so aus aber wenn wir nicht dann da und dann musst du tun du kannst doch einfach mal an dein eigenes Haus zu bauen und nicht uns uns zu lassen ich hab schon raus merkt man aus dir Mann glauben gell ja aus dem Erdhaus fail lol Kilian lol den ich hab' dir voll krass gesehen ich habe dich auch Batman wieg die Schlacht die oya 2 Ok Batman Jakub ich brauch' sounds go Leute ich in Lava Alter Minecraft Krafting-Telbegabe, nicht schätzt. Nein, das ist meiner, ey. Ja, ja. Ja, das ist meiner. Ja, ja, ich weiß schon. Auch halt einfach ein Scheiß-Inventar. Ja, jetzt habe ich zwei, Scherz. Oh, Fehl, so. Jetzt. Ofen, Apfel, Kohle, so. Also kann es sein, dass schon an mir gerade in der Nähe ist. Wie viel Eisen habt ihr schon? Null. Zehn. 22. Lol. Ich baue mir jetzt erstmal nur so einen kleinen... Lol, Fehl. Erstmal nur so einen kleinen Ding hier. Ich baue mir gleich ein bisschen Eisen. Oh, geil. Ich habe noch kein Eisen gefunden. Noch kein Eisen. Ich habe einen gefunden, aber dann hat sie Leon mitgenommen, aber der hat mich getötet. Oh, Adriano. Alter, wie viele Hühner hier auch sind. Boah, es geht hier wieder ab, ey. Bombeleck ist jetzt wieder so, Buggy. Das ist der Scheiß-Inventar. Kilian ist aber leckt echt manchmal. Nein, ich meine... So, jetzt geht es wieder flüssig. Doch, Kilian ist aber leckt echt manchmal. Ach, nee. Ich will irgendwas abbauen und dann gibt das mir nichts. Und dann muss ich wieder den Stein abklopfen und dann ist man meistens... Alter. Wer hat die Klappe? Oh, jetzt wird es wieder Nacht, jetzt wird es noch jetzt Nacht. Ach, nee. Also ich nüsste mich jetzt hier in irgendeine Höhle einführen. Das habe ich schon gemacht. Ich habe schon angefangen zu bauen. Ah, das nun, sehr schön. So, jetzt erstmal eine Absperrung schaffen. Also ich habe schon 50.000 Diamanten. Ja, ja, ja. Nein! Ja, bekämpft euch, Skelette. Los! Ach, kommt schon, bereid euch. Wer steckt als erstes? Alter, der Nino ist das Skype online. Ich suche mal nach dem Dorf. Ilian, du gehst da sofort weg. Wo denn? Das ist mein Haus. Ach so, bei Mainz ist auch irgendwie so in der Nähe. Aha. Aber mein Eingang werde ich das sowieso nicht finden. Cobblestone. Nee. Eisen. Heute ist schon ein Ende. Der Leon tut.